Du, Benedikt, ich sprabbel einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das kannst du gerne weiterhin machen und es wird dir wahrscheinlich auch eine gewisse Lockerheit in Gesprächen geben. Allerdings vernachlässigst du damit den ersten der sechs Schlüssel zu einer erfolgreichen Kommunikation, und zwar Verantwortung. Du weißt es selbst, Psychotherapeuten können mit der Art und Weise, wie sie Fragen stellen, was sie sagen, wie sie es sagen, tiefgreifende psychische Krankheiten therapieren, die übrigens manchmal einfach nur durch eine schlechte Kommunikation von anderen induziert worden ist. Und genau das ist der erste Punkt Verantwortung. Übernimm Verantwortung für das unglaublich mächtige Werkzeug der Kommunikation, der Sprache, das du mitbekommen hast. Worte wirken Wunder, wenn sie positiv verwendet werden, können aber auch unglaubliche Zerstörung hervorrufen. Das weißt du selbst. Einzelne Sätze können unglaublich lange nachwirken. Es können tolle Sätze sein, die einen bestärken, die einen bekräftigen, oder auch Sätze, die vielleicht auch einfach nur so nebenbei gesagt worden sind, aber unglaublich verletzend sein können. Also erstens, übernimm Verantwortung für die Art und Weise, für die Qualität und auch das, was du sagst, deiner Kommunikation. Schlüssel Nummer zwei ist Empathie. Bei der Kommunikation geht es, auch wenn ich hier einen Kanal zum Thema Charisma mache, nicht darum, dass du nur selbst, oh, der große Chef bist und alle dich so toll finden, sondern es geht auch um die andere Person. Tatsächlich würde ich sogar sagen, dass du deinen Fokus größtenteils, die Art und Weise, wie du es sagst, auf die andere Person ausrichtest. Wenn du mir die Frage stellst, hey, wie kann ich eine gute Rede halten? Überleg, wer sind deine Zuhörer? Wenn du mich fragst, wie kannst du irgendjemanden für dich gewinnen? Egal, ob du im romantischen Bereich oder ein Produkt, das du verkaufen möchtest. Überleg, mit wem redest du? Wer ist dein Date? Wer ist dein Gesprächspartner? Wer ist dein Kunde? Hab Empathie. Sei bei der anderen Person. Denn dann kannst du auch wirklich die Kommunikation auf die andere Person einstimmen und damit tatsächlich auch emotional bei der anderen Person sein. Damit sind wir sehr eng verknüpft schon beim dritten Schlüssel für erfolgreiche Kommunikation und zwar Präsenz. Präsenz bedeutet nicht irgendwie am Handy zu sein, mit den Gedanken irgendwie bei letzter Woche oder nächster Woche zu sein, sondern wirklich vollkommen bei der anderen Person zu sein. Das bedeutet auch zusätzlich, dass du dich mit der anderen Person verbindest und tatsächlich eine unglaubliche Wahrnehmungsgenauigkeit hast. Manchmal fragen mich Leute, ja hey, aber woher sehe ich denn, dass jetzt eine Person mein Produkt gut findet oder mich gut findet oder schlecht findet? Oder wie kann ich das denn noch besser machen, meine Kommunikation? Naja, schau besser hin. Durch die Körpersprache, durch die Mimik, durch die Gestik und durch die Wortwahl, hör besser hin. Kannst du schon unglaublich viele Informationen von deinem Gesprächspartner bekommen. Du sendest die übrigens auch an deinen Gesprächspartner. So oft sind wir bei uns selbst so stark oder irgendwie bei irgendwelchen vergangenen oder zukünftigen Themen, dass wir diese Präsenz nicht mehr haben. Die kannst du allerdings bewusst trainieren. Und da gebe ich dir heute eine sehr empfehlenswerte, dünne Buchempfehlung mit. Und zwar Tickner Tarn, achtsam sprechen, achtsam zuhören. Die Kunst der bewussten Kommunikation. Super spannend, gerade wenn du diesen empathischen Präsenzteil der Kommunikation, also Punkt 2, 3, nochmal stark trainieren möchtest. Sehr empfehlenswert, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Und damit wären wir auch schon bei Punkt Nummer 4, Selbstsicherheit. Der vierte Schlüssel ist Selbstsicherheit, denn es ist wichtig, dass du auch bei der anderen Person bist. Allerdings, dass du auch von dir aus gefestigt bist. Wenn du selbstsicher bist, dann können auch Angriffe oder irgendwelche Beleidigungen oder auch Themen, wo du jetzt nicht genau weißt, was du zu sagen sollst oder auch Positives, dich nicht so sehr umhauen. Du kannst immer noch voll bei der anderen Person sein, weil du weißt, dass du selbstsicher bist. Das schließt sich in keiner Weise aus. Im Gegenteil, es unterstützt sich sogar. Denn wenn du weißt, hey, ich bin selbstsicher, dann kannst du natürlich andere viel besser für dich überzeugen. Das lernen wir ja hier auch auf dem Kanal, wie du an deinem Selbstbewusstsein beispielsweise arbeiten kannst. In deinem Körpersprache, in deinem Charisma. Du kannst auch gerne den Kanal abonnieren, wenn du magst. Und auch die Glocke aktivieren, dass du die Videos angezeigt bekommst. Da habe ich auch schon viele Videos zum Thema Selbstsicherheit gemacht. Und das ist ein wichtiger Schlüssel für bewusste und starke Kommunikation. Denn wenn du dir deiner selbst bewusst bist, ein hohes Selbstbewusstsein hast und dem auch dann sicher bist, dann kannst du es in deiner Kommunikation auch viel besser rüberbringen, weil man merkt, okay, der ist gefestigt. In seiner, und damit wären wir schon bei, Punkt Nummer 5, und zwar Persönlichkeit. Kommunikation, Körpersprache, Mimik, Gestik, Wortwahl, Rhetorik sind wirklich tolle Dinge. Allerdings immer verknüpft mit der Persönlichkeit. Du kannst noch so eine gute Rhetorik haben. Wenn irgendjemand einen Knopf bei dir drückt, irgendeinen Punkt in deiner Persönlichkeit findet, vielleicht wegen irgendeinem theoretisch auch sehr sinnvollen vergangenen Erlebnis, wo du irgendwas Schlechtes erlebt hast oder so, und du dann emotional irgendwie in den Modus kommst von, was willst du jetzt damit sagen oder so, dann kommst du in schlechte Kommunikationsmuster. Heißt, eine gute Fundierung ist auch ein starkes persönliches Fundament. Also damit meine ich, dass du deine Persönlichkeit nicht nur selbstsicher haben solltest, sondern auch von der Persönlichkeit einen Ausgleich im Endeffekt haben solltest, da nicht nur interessant zu sein, dadurch bist du übrigens auch charismatisch, wenn du Wert hast, wenn du diese klar folgst, authentisch bist, sondern auch zusätzlich auch eine Persönlichkeit hast, die im Endeffekt auch gefestigt ist. Denn wenn du das hast, dann wirst du auch in deiner Kommunikation besser sein. Und damit sind wir schon bei Punkt Nummer 6, und zwar Wertschätzung. Das ist so unglaublich wichtig. Du kannst noch so toll und noch so selbstsicher mit einer gefestigten Persönlichkeit beim anderen präsent sein und so weiter und so fort. Allerdings ist ein ganz wichtiger Punkt auch die Wertschätzung. Das bedeutet, dass wenn du jemanden zum ersten Mal triffst, dann überleg dir vielleicht vorher die Frage nicht, oh, wen werde ich denn da jetzt treffen oder oh, wie kann ich mich am besten darstellen oder oh, hoffentlich merkt er nicht, dass ich das und das, was auch immer, sondern überleg dir, hey, wie kann ich eine spannende Person kennenlernen? Was ist interessant an der anderen Person? Und gerade vielleicht auch, wenn du Leute schon länger kennst, dann überleg dir auch hier, weil oft nehmen wir das für so selbstverständlich, die Leute, mit denen wir uns umgeben, vielleicht sogar unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Familie, unsere Beziehung oder was auch immer, dass wir dann einfach diese Wertschätzung nicht mehr aufbringen. Aber eine gute Kommunikation geht auch von einer Wertschätzung auf. Und das Spannende ist, gerade wenn es heiß hergeht, wenn es Streitsituationen gibt, Diskussionen oder auch Meinungsverschiedenheiten, wo du sagst, hey, da kann ich dir gar nicht zustimmen. Selbst wenn du der Meinung nicht zustimmst oder dem Verhalten nicht zustimmst, kannst du immer noch eine grundlegende Wertschätzung für die andere Person haben. Weil du weißt, hey, die Person ist auch schon durch schwierige Zeiten gegangen. Die Person hat auf jeden Fall auch gute Seiten und auf jeden Fall auch Seiten, wo sie selbst noch toll arbeitet. Genau wie du selbst. Und da eine grundsätzliche Wertschätzung zu haben, die Zeit jetzt mit der anderen Person zu verbringen, das kann unglaublich stark für deine Kommunikation, damit der sechste Schlüssel für eine starke Kommunikation sein. Wenn du noch weitere Schlüssel hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Ja, mach mal so einen kleinen Schlüsseltausch und gerne schaue ich mir die Kommentare dann dort auch an. Da könnt ihr natürlich auch gegenseitig euch weiterhelfen, falls ihr auch Themen habt in der Kommunikation, wo ihr sagt, da möchte ich mich noch mehr verbessern. Falls du die achtsame Kommunikation, bewusste Kommunikation lernen willst, dann sehr empfehlenswert heute von Tick Nathan. Achtsam sprechen, achtsam zuhören, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wünsche dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Nachfolger. Bis zum nächsten Mal.